Ja, und es gibt sie noch, die Fußballwunder. Vielleicht nicht unbedingt bei uns hier in der Bundesliga, aber bei unserem Nachbarn in Belgien schreibt einer der ältesten noch verbliebenen Fußballvereine, Royal Union Saint-Goulois, eine Hollywood-reife Comeback-Geschichte. Nach 48 Jahren gelang ihnen erst 21 das Comeback ins Oberhaus und jetzt stehen sie mit 9 Punkten Abstand auf den 2. an der Spitze. Ein Deutscher hat daran großen Anteil. Dennis Under führt die belgische Torjägerliste mit 18 Treffern an und möchte jetzt nach dem Meistertitel greifen. Florian Neuhann. Nein, andersherum. So oft zündet Stefan Origi wohl keine Bengalos an. Heute muss es einfach sein. Ein Hinterhof bei Turin in Italien. Sie feiern einen Fußballklub aus Brüssel, Belgien. Die Geschichte ist so verrückt wie Stefano Origis Leben. Als Sänger landet er einen Kulthit der 80er. Als Fußballfan verliert er sein Herz an einen belgischen Fußballverein, der damals in der 3. Liga herumkrebst. Ich glaube, ich erinnere mich, es war 2012. Da war ich für ein paar Tage in Brüssel und ich wollte gern Fußball schauen. Freunde haben mir von Union Saint-Gélois berichtet. Ich bin hingegangen. Was soll ich sagen? Ich habe mich sofort verliebt. In dieser Atmosphäre, so old school, so vintage. Es war einfach wunderbar, genau wie damals, als ich als Kind zum 1. Mal mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin. Das Stadion von Union Saint-Gélois in Brüssel. Er baut vor mehr als 100 Jahren, als wäre es Teil der Wohnsiedlung. Heute denkmalgeschützt. Es wirkt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nur, dass sie gerade dabei sind, brasant vorzuspulen. Erst im Sommer steigt der Klub in die 1. belgische Liga auf. Was dann passiert, hätte niemand erwartet. Der Underdog zieht allen davon. Manchmal muss sich selbst der Trainer zwicken. Passiert das hier gerade wirklich? Ja, das ist wirklich ein Märchen. Wenn eine Mannschaft aufsteigt, ist das doch echt kaum zu glauben, dass sie weiter gewinnt. Wir als Team, aber wir wollen weitermachen. Wir wollen diesen Traum weiter träumen. Wir wissen, es gibt harte Konkurrenz, die viel mehr Geld hat als wir und eine bessere Infrastruktur. Auch dagegen müssen wir halt kämpfen. Aber wir glauben an uns und wir haben einfach Spaß bei jedem Spiel. Sie lassen einen ganzen Stadtteil träumen. Fans, die in den letzten Jahrzehnten wenig zu feiern hatten. Und die, in der Vereinskneipe gegenüber, schon von der Champions League träumen. Jeder fragt sich doch, wie lange das hier wohl noch dauert. Wie lange wird dieser Erfolg anhalten? Ich glaube, das hält bis zum Ende der Saison. Sie haben Glück, ich klopfe aufs Holz. Es hat sich bisher niemand groß verletzt. Ich glaube, jetzt ist alles möglich. Natürlich nicht sicher. Am Anfang hat ja niemand an uns geglaubt. Aber nach und nach sehen wir doch. Die spielen einfach immer noch gut. Also hoffen wir mal. Und ehrlich gesagt, ich glaube schon ein bisschen daran. Royal Union Saint-Gélois, das war mal ein großer Name im belgischen Fußball. Der letzte Meistertitel 1935. In den 70ern der Abstieg. Mehrfach stand der Verein vor dem Aus. Bis 2018 ein Investor aus England kommt, Tony Bloom. Seitdem suchen sie mit viel Aufwand nach verkannten Talenten. Und entdecken einen Deutschen. Dennis Undaf, 25. Letzte Station SV Meppen, dritte Liga. In Belgien wird Undaf zur Tormaschine. 18 Treffer, 10 Vorlagen. Sein Trainer kann nicht mehr aufhören zu schwärmen. Undaf, das ist ein besonderer Fall. Er ist einer der intelligentesten Fußballer, die ich bisher trainieren durfte. Als er aus Deutschland herkam, da war keineswegs ausgemacht, dass er so einen Erfolg haben würde. Er hat dann wirklich enorm an sich gearbeitet. An seiner Person, seiner Mentalität. Und heute ist er einer der besten Stürmer Belgiens. Ach, vielleicht Europas. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Tore schießen würde in meinem ersten Jahr. Oder was heißt weil. Ich habe vor der Saison gesagt, ich werde 14 Tore schießen. Das war mein Ziel für die ganze Saison. Ich habe mittlerweile 18. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin lieber glücklich, aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt aufhöre, Tore zu machen. Achtung, das hier, das wird unsere Tribüne. Rechte Seite, linke Seite. Sonntag vor einer Woche. Union Saint-Gélois spielt zu Hause gegen Genk. In Italien, im Schlafzimmer von Stefano Riggi, haben sie alles vorbereitet. Zuschauer sind nicht erlaubt im Stadion. Wegen Corona. Guckt mal, Jungs, wo die Fans da sind. Die stehen ja im Park nebenan. Die Stadien sind ja dicht. Tatsächlich, Brüssel, direkt neben dem Stadion. Die Sicht halbwegs okay, die Stimmung bestens. Und das Spiel, es läuft für Union. 27. Minute, da fällt das 1 zu 0. Das Märchen geht also weiter, auch an diesem Tag. Und in Belgien wie in Italien stellen sie die Frage, wohin führt diese Geschichte den Verein? Das kann diesen Klub richtig nach oben katapultieren. Je mehr Erfolg du hast, desto mehr Geld bekommst du auch. Und dann kannst du wieder mehr investieren und die Mannschaft noch besser machen. Im Wald in Brüssel ist mancher skeptisch. Wie Anna, seit vielen Jahren treuer Fan. Ich habe Angst, dass das die Seele unseres Vereins verändert. Ich hoffe wirklich, dass wir den Geist erhalten, den eines kleinen Teams aus der Stadt, wo viele Leute sich mischen, nicht Belgier und Belgier. So ein Spirit geht auch bei größeren Vereinen sehr schnell verloren. Die Gesetze der Branche, sie gelten auch in einem Märchen. Dennis Undorf ist schon auf dem Absprung. Es heißt, er gehe im Sommer nach England. Mein Traum ist es, in einer der Top-5-Ligen Fußball zu spielen. Ich möchte mich beweisen, egal ob das Deutschland ist, England, Frankreich, Spanien, Italien. Ich möchte mich beweisen und das ist mein nächstes Ziel. Frage an den Trainer, ob er Angst hat, dass die Mannschaft zerbricht. Ich fürchte das nicht. Ich weiß es. Ich weiß, dass Spieler gehen werden. Wir haben hier Spieler, die explodiert sind. Da wird es Angebote geben von Klubs mit großem Namen und noch größeren Möglichkeiten. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber wir haben ja alle einen Deal gemacht. Wir bleiben zusammen bis zum Ende dieser Saison. Heute Nachmittag. Das erste Spiel wieder vor Zuschauern. Heimderby gegen Anderlecht. Wer weiß, wie oft sie noch in diesem Stadion jubeln werden. Für europäische Wettbewerbe ist es zu klein. Union Saint-Gülois will ein neues bauen, möglichst schnell. Was wird dann aus der Seele des Vereins? Noch ist das Ende des belgischen Fußballmärchens nicht geschrieben. Und die Erfolgsspur setzt sich eindrucksvoll fort. Mit 1 zu 0 setzte sich Royal Union heute gegen den Tabellenvierten Anderlecht durch. Und hat damit momentan sogar 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten Antwerp.